Nicht für mich, weil ich bin etwas älter. Frau Dr. Hoffmann, kurze Frage, sie holt es jetzt ab. Sind das jetzt Müllsachen? Nein. Windeln für Babys. Fünf und sechs, ne? Die anderen habe ich weg verschenkt, weil sie gesagt haben, die Kleineren gehen nicht mehr. Nein, er hat jetzt größer fünf. Also es ist kein, wie heißt das, Müll? Nein, kein Müll. Damit man sieht, wann das ist. 2. Dezember 2019 an der U-Bahn. Bitteschön, werden jetzt abgeholt. Und ich nehme sie nicht wieder zurück.